Warum benutzen wir das Seelenschreiben für den Zugang zum Unterbewussten? Die Antwort lautet, das Wort oder noch spezieller gesagt die Silbe ist die konkreteste Information, die wir erfahren können. Das Wort ist die präziseste Ausgangsposition für etwas, was sich materialisieren soll. Nur das Materialisierte ist noch genauer wie das Wort. Und deshalb arbeiten wir mit dem Seelenschreiben, mit dem Schreiben der Wörter. Alle diese anderen Methoden haben natürlich ihre Berechtigung. Aber die Frage ist immer, kommst du damit wirklich zu dem Erkenntnis, zu dem Wissen, das du brauchst, um dein Projekt, um dein Problem, deine Krankheit oder was immer zu lösen. Wenn du auf diesem anderen Weg nicht an das Wissen in deinem Unterbewusstsein gelangt bist, dann lerne die Kubi-Methode. Und wenn du noch mehr erfahren willst, und zwar sofort, dann könntest du jetzt in der Beschreibung, die hier unter dem Video steht, den Link finden für mein kostenloses Webinar. Und das steht dir immer zur Verfügung. Ich wünsche dir für deine Bewusstseinserweiterung viel Erfolg und Freude damit. Alles Gute.